Ich habe dich damals überhaupt nicht leiden können. Ich dich auch nicht. Meistens. Du hast mich immer gefragt, aber nicht deinen Kaffee trinken wollen. Und du hast nie Nein gesagt. Ich habe auch nicht immer Ja gesagt. Was machtest du nicht an mir? Soll ich ehrlich sein? Soll ich ehrlich sein? Soll ich immer ehrlich sein mit mir? Ich fand, du sahst aus wie eine Kakerlake. Wie eine Kakerlake? Ja. Findest du das immer noch? Im Winter, wenn ich Stirnfranzen habe, wären meine Haare urfettig. Und ich schaue sie aus wie die Fühler von einer Kakerlake. Ja. Willst du damit sagen, du siehst auch aus wie eine Kakerlake? Ja. Ja. Was will ich damit sagen? Ich habe Hunger. Du schaust aus wie eine Ameise. Nein, tue ich nicht. Doch, tust du. Du hast zwei Fühler wie eine Ameise. Ich habe Angst vor Ameisen. Was? Warum? Die sind doch voll süß. Die sind voll eklig. Das ureklige Hinterleib. So wie Schmetterlinge. Was magst du denn essen? Was? Burger. Mit Käzer. Was denkst du? Zu Halloween? Da besorge ich mir ein Kakerlakenkostüm. Ein weiterer Grund von dir wegzulaufen. Ich werde dir nachrennen. Und dann ersche ich dich auf. Give me baby one more time. Kennst du die Verwandlung von Kafka? Den Gefa-Mutanten so? Du bist süß. Du bist süß. Keine Ahnung. Weil ich mich so schnell bewege? Nein! Weil man nicht so schwer los wird. Und weil du eklig bist. Aber jetzt magst du mich ja oder? Macht dich das nicht auch eklig? Du bist mindestens genauso eklig wie ich. Und du stinkst. Du hast mich ja verpiktet. Gott, ihr zwei seid so weird. Du bist ja nur neidisch. Du bist weird. Ja stimmt. Ich bin voll neidisch. Wie geht's dir mit deiner Freundin? Wir haben uns gestern getrennt. Also nicht so gut. Was echt? Shit. Scheiße. Ja, das kann man nichts machen. Warum habt ihr euch getrennt? Sie hat gesagt, sie liebt mich nicht mehr. Hat sie eine Schwester? Ja, wieso? Dann schnappt sie die Schwester. Die ist 14. Na bitte. Na bitte. Ich glaube, ich werde alleine essen, ne? Da geht doch was. Würdest du mit mir schlafen? Nicht 14, ey. 14, ey. Du, 28. Und ich 14. Baby. Ich würde sogar mit dir schlafen, wenn du 5 wärst.